Hey Jerry, versuchst du den Geschwindigkeitsrekord zu brechen? Hi Edna! Sieht aus, als würdest du ganz schön tief graben. Ist das für einen besonderen Anlass? Ich verstehe. Dann mach mal lieber weiter. Oh oh, irgendetwas stimmt nicht. Ednas Graben bringt die Tunneldecke zum Einstürzen. Jerry, du solltest anhalten. Edna, hör auf zu graben. Der Tunnel stürzt ein und Jerry ist noch darin. Oh nein! Oh nein! Karl, Jerry steckt in Schwierigkeiten. Oh! Supertrap! Der Tunnel ist blockiert. In was wirst du dich verwandeln, um reinzukommen, Supertruck? Jerry, Supertruck ist hier, um zu helfen. Du hörst etwas? Die Steine haben beim Herunterfallen die Rohre zerstört. Supertruck, du musst dich beeilen. Schnell, Supertruck! Raus hier! Was ist los? Oh nein, das Wasser kommt auf euch zu! Du musst dein Spezialwerkzeug benutzen, den ST-3000. Ein Laser! Großartig! Gut gemacht, Supertruck, du hast das Wasser eingefroren. Na dann, hier ist eure Rutschpartie. Bis später! Hi Jerry, versuchst du den Geschwindigkeitsrekord zu brechen? Es ist doch egal, dass du nicht schnell bist, Ben. Es gibt viele andere Sachen, die du kannst. Du willst nochmal ein Rennen fahren? Ben, was ist das? Du hast den Energiespeicher vom Rathaus genommen? Das ist gefährlich! Nimm ihn ab! Du kannst nicht anhalten? Oh nein! Carl, wir haben ein Problem! Ben hat einen Energiespeicher gestohlen. Und jetzt kann er nicht anhalten! Du musst ihm helfen! Hm! Hey, hey! Huh? Hmm! Oh! Oh! Hmm! Oh! 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 Carl, Ben ist viel zu schnell. In was wirst du dich verwandeln, um ihn zu fangen? Er ist viel zu schnell, um ihn zu fangen, um ihn zu fangen. Vorsichtig, Supertruck. Carl, du musst ihn unbedingt einfangen. Er fährt auf die Zugbrücke zu. Ben, sei vorsichtig. Die Zugbrücke ist noch nicht unten. Carl, benutze dein Spezialwerkzeug, den ST3000. Ein Greifarm, das ist super. Keine Panik, Ben. Carl hält dich fest, damit du jetzt noch nicht über die Brücke fährst. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Oh oh, schnell hinterher, Supertruck. Pass auf! Wow! Wow, super Landung. Ups. Jetzt bist du außer Gefahr, Ben. Danke, Supertruck. Du hast die Stadt gerettet. Hey, Frank. Wohin bist du so schnell unterwegs? Ah, verstehe. Carrie hat eine neue Sorte Kuchen gebacken. Dahin fahrt ihr also alle. Pass auf! Alles in Ordnung, Frank? Ich rufe besser Supertruck. Carl, da bist du. Frank ist mitten auf der Straße umgefallen. Du musst ihm wieder auf die Räder helfen. Hm? Hm? Supertruck! 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 Harry hat heute eine neue Sorte Kuchen und jeder will sie probieren. Frank war auf dem Weg zu Harry, als er umgefallen ist. Er braucht deine Hilfe, du musst dich verwandeln. Ein Sprungtruck, das ist so cool! Suchen wir Frank! Wow, das war fantastisch! Wow, du bist so ein Angeber! Aber vergiss nicht, du bist auf einer Mission! Da! Supertruck ist da, Frank, keine Sorge! Was schlägst du vor, Supertruck? Ah, du willst Frank mit deinen Supersprungfedern wieder auf die Räder helfen? Versuchen wir es! Hast du das gehört, Frank? Wir werden dich rupzuck wieder auf deinen Rädern haben! Keine Sorge, Frank, uns fällt schon was ein! Oh, das ist dein Ich-habe-ein-Idee-Gesicht! Na klar! Der ST-3000! In was soll er sich verwandeln? Ein riesiger Magnet! Voll cool! Ah, er ist kalt, Frank! Bereit, Frank? Keine Sorge! Fertig, Supertruck! Drei! Zwei! Eins! Nein! Nochmal! Drei! Zwei! Eins! Es funktioniert! Oh! 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 Puh! Das war knapp! Ich hoffe, es ist noch ein bisschen Kuchen übrig! Schaut! Hey, Carrie! Hast du noch nie einen Sprungtruck gesehen? Gibt es noch ein Stück Kuchen für unsere zwei Freunde? Wow, Carrie! Carrie, er sieht köstlich aus! Nun, er ist köstlich! Bis zum nächsten Mal! Carrie, wo fährst du so schnell hin? Spät dran für eine Lieferung, was? Carrie, hast du das Horn gehört? Klingt, als wäre Bobby in Schwierigkeiten! Was ist los, Bobby? Bobby, Haie sind dir vom Meer gefolgt! Sei vorsichtig! Carrie, Bobby kann dich nicht hören! Schau auf die Straße, du wirst gleich... Carrie! Carl! Carrie und Bobby sind in Schwierigkeiten! Carrie ist von der Brücke gefallen, auf einer Wasserhose gelandet und jetzt werden sie von Haien bedroht! Du musst sie retten, schnell! Supertruck! 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 Schau Carl, Carrie ist da drüben. Oh nein, die Haie werden jeden Moment durch die sich öffnende Brücke kommen. Schnell Carl, weißt du in welches Fahrzeug du dich verwandeln wirst, um sie zu retten? Hey, komm mal. Hey, komm mal. Hey. Carrie, schau wer da ist. Du hast die Haie vergessen. Pass besser auf. Bobby, Supertruck braucht dich, um Carrie ans Ufer zu schleppen! Halt dich fest, Carrie! Du beeilst dich lieber, Bobby, sie kommen! Du musst schnell handeln, Carl! Super Idee! Du könntest einen großartigen ST3000 benutzen, na klar! Haha! Beeilt euch, Leute! Supertruck! Supertruck, es funktioniert! Danke für deine Hilfe, Supertruck! Du hast recht, Bobby, wir sollten den Kanal sicherer machen! Klasse Idee, Supertruck! Lasst uns ein Netz benutzen! Viel Spaß, Jungs! Tschüss! 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 Tschüss!